Kindererlebniswelt Minimobil. Das Technische Museum startet eine Mobilitätserlebniswelt für Kinder zwischen zwei und acht Jahren. Dabei soll spielerisch das Thema Verkehr und Umwelt vermittelt werden. In diesem neuen Kleinkinderbereich für die zwei bis achtjährigen, dem Minimobil, geht es ziemlich wild zu. Es ist ein Bereich, in dem die Kleinsten an die mobile Technik herangeführt werden. Mit Autos, mit kleinen Motorrädern, mit einem Polizeiauto, mit einem Original. Sie können durch Tunnels fahren und so Mobilität und Technik schon im Kleinkindesalter erleben. Eltern können auf der Rettungsinsel chillen, rasten und auftanken, während sich die jüngsten Museumsbesucher unter Aufsicht austoben können. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag 9 bis 17.45 Uhr und am Samstag Sonn und Freitag von 10 bis 17.45 Uhr.